Was für ein Jahr erwartet uns 2021? Wir wünschen jedem, den wir sehen, alles Gute für das neue Jahr und wünschen vor allen Dingen Glück. Und das wünsche ich euch auch, denn das können wir gebrauchen. Ich wünsche euch aber das Glück ein bisschen anders. Ich wünsche euch das G für Gesundheit, das L für Lebensfreude, das Ü für Überraschungen, natürlich hoffentlich viele positive, das C für Chance, dass man das Glück auch greift und das K steht für Kontrolle. Bleibt gesund, macht das Beste aus dem neuen Jahr, habt Vertrauen ins Leben. Ich grüße euch ganz herzlich in die Eifel und sende auch einen ganz herzlichen Gruß an das Eifel 3 TV Team. Macht es gut und bis bald.